Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu meinem allerersten After Effects CS5 Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ich diese Animation insbesondere mit diesem runden Audiospektrum erzeugt habe. Diese Animation ist relativ simpel und man braucht auch nicht viel Vorwissen und viel Umgeklicke. Das Einzige, was ich dazu benutzt habe, sind einmal das Audiospektrum und einmal die Polarkoordinaten. Das sind zwei Effekte, damit wir diesen runden Kreis erzeugen können. Danach machen wir noch ein gewünschtes Logo hier in die Mitte rein, dass wir da ein bisschen zur Musik ein bisschen mit sagen geschehen können lassen. Und ja, man sieht ja schon das Projekt von mir. Wir haben ja einige Reihen. Das hier, die unteren drei, sind nur das Hintergrundbild. Das sieht man ja, hier kann ich hier raus machen, das ist nur die Schrift. Da sehe ich mein Logo und im Endeffekt sieht es eigentlich nur so aus. Im Hintergrund könnt ihr dann einfügen, was ihr wollt. Und da bewegt sich jetzt gerade ja nicht viel, weil das Liedstück nicht drin ist. Also fangen wir gleich mal an. Dazu klicken wir hier auf Komposition, oder hier ist neu, Komposition. Ich mache hier Full HD, hier 29,97 Pixel. Die Dauer ist jetzt nicht relevant, die kann man ja sowieso wieder ändern. Und Hintergrundfarbe könnt ihr auch wählen, wie ihr wollt, falls ihr jetzt kein Bild reinmacht. Also jetzt haben wir hier eine neue Komposition erstellt. Dann gehe ich hier auf Projekte und schau mal, habe ich hier schon meinen Musiktitel rein? Nein, habe ich nicht. Dann ziehe ich den mal rein. Das ist jetzt hier unser Abo-Rap. Zack. Und den Abo-Rap tue ich gleich mehr am Anfang rein. Jetzt brauchen wir noch ein paar Dinge. Dann machen wir hier neu. Farbfläche. Und dann wählt ihr dann einfach mal eine Farbe aus, wie ihr Lust und Laune habt. Ich mache es jetzt einfach mal nicht gelb. Zack. Jetzt haben wir eine gelbe Farbfläche. Und dann geht ihr hier unter Effekte, da, hier, geht ihr dann Audio ein. Und dann müsst ihr eigentlich auch schon Audio-Wellenform, Audio-Spektrum stehen. Das sind zwei verschiedene Effekte. Audio-Wellenform sind diese Zacken, dass man diese ganz vielen Zacken hat. Und das Audio-Spektrum sind das mit diesen Balken eben. Oder Säulen. Säulen, um genau zu sein. Man kommt drauf an, wie man es jetzt dreht. Dann ziehen wir diesen Effekt einfach mal hier auf unsere orangen Fläche oder einfach hier rein. Ich mache es jetzt immer hier drauf. Und dann sehen wir hier auch schon in der Mitte, hier so ein, ja, lila, rosa, pink. Ich weiß es nicht, das wusste ich noch nie wirklich. Und, ja, ich möchte jetzt nicht so extrem viel über den Effekt sagen. Aber wir tun jetzt einfach mal hier den Anfangspunkt verschieben. Also so hier nach außen schön. Und dann hier am besten auch den Endpunkt. Dass es hier schön abschließt. Dann können wir hier die Frequenz einstellen, wo es denn anfangen soll. Aber wie ihr das dann perfekt einstellt, dass es auch cool aussieht. Macht ihr, indem ihr erstmal hier auf Audio-Ebene geht. Und dann euer Lead auswählt. Ihr müsst das natürlich erstmal hier reinziehen. Und dann, man sieht, das ist sowieso lang genug. Jetzt haben wir hier das Lead drinnen. Und wenn wir jetzt schon mal hier langfahren, werden wir schon mal sehen, da tut sich ja was. Ist ja geil, ne. Aber jetzt müssen wir das auch noch gleich mal perfekt einstellen, damit man auch hier genügend zieht. Also erstmal, man merkt schon, der bewegt sich nicht sehr viel und die Balken sind sehr klein. Deshalb können wir hier auf maximale Höhe einfach mal weit nach oben schrauben, damit man auch irgendwas sieht. Am Schluss ist ja blöd. Müssen wir jetzt noch ausschauen. Jetzt könnt ihr die Frequenzbände anpassen, erstmal wie ihr Lust und Laune habt. Können wir mal mehr reinpacken. Wir können ganz viele reinpacken. Oder einfach ganz wenige. Ja, das meiste auch selbst erklären hier, die Infrequenz. Also wo es aufhören soll. Ich weiß nicht, ihr müsst einfach schauen, wo sich noch groß was tut. In diesem Lied tut sich jetzt nicht viel so weit oben. Da müsst ihr jetzt eigentlich Marvin Stimme liegen. Das ist ja der Abo-Rap. Da könnt ihr dann einstellen, wie ihr wollt. So, dass es auch cool aussieht. Die Anfangsfrequenz sieht man sowieso. Obwohl, so passt. Mal gucken. Wenn wir noch weiterer Runde gehen, da tut sich nichts mehr groß. Obwohl, ein wenig noch. Mal gucken, dass hier oben auch noch irgendwas tut. Weil sonst sieht es ein bisschen langweilig aus. Dann tun wir einfach hier von den Endfrequenz ein wenig abkapern. So, dass sich das weiter rüber verschiebt. So kann man es doch lassen. Sieht eigentlich recht cool aus. Ihr könnt hier unten die Qualität einstellen. Aber ist jetzt auch nicht relevant wirklich. So, und hier könnt ihr die Innenfarbe, also die inneren Farbe, und die äußere Farbe auswählen. Also, hohe Qualität. Ja. Hier könnt ihr die innere Farbe auswählen. Die machen wir jetzt einfach mal. Haben wir mal so ein schönes. So was ein dunkleres Blau. Seht man schon, ist das hier innen drin blau. Und außen machen wir dann so was ein bisschen was helleres. Weil es cooler aussieht. Zack. Jetzt suchen wir wieder schon raus. Du musst hier ans Fenster anpassen. Top. Fenstergröße. Dann haben wir das auch schon fertig. Jetzt müssen wir das natürlich noch zu einem schönen Kreis formen. Aber bevor wir das zu einem Kreis formen können, müssen wir ja erstmal einstellen, welche Seite wir haben. Wir haben jetzt hier eine Anzeigeoption digital. Wir können das auch als so anzeigen lassen. Das ist immer noch nicht die Audio-Wellenform. Sieht nochmal anders aus. Und das kann man auch nicht als Punkte anzeigen lassen. Das sieht eigentlich auch recht cool aus. Aber ich mag das hier am meisten. Und dann könnt ihr hier noch die Seitenoptionen anzeigen. Das heißt, welche Seite wir anzeigen wollen. A und B. Das ist halt das auf beiden Seiten, man es sieht. Dann können wir sagen, wir wollen nur die obere Seite. Oder nur die untere Seite. Ich mache jetzt mal nur die obere Seite. Ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Aber kommt auf an, wie wir es dann nachher biegen. Das heißt, wenn wir es so rum machen. Oder halt andersrum. Machen wir die andere Seite. Dann kann man hier noch die Klettung einstellen. Sieht man ja auch den Unterschied. Das tut sich auch ein bisschen was. Das macht dann jeder, wie er Lust und Laune hat. Wie es am besten gefällt. Die Breite der Bänder können wir einstellen. Und wir können es ganz fett machen. Sieht aber nicht mehr so geil aus. Das gefällt mir jetzt nicht so toll. Ein bisschen kletten. Ganz so fett machen. Machen wir noch ein paar Bänder mehr rein. 109. Machen wir so rein. Dann die Verschiebung. Das ist jetzt nicht relevant. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Dann brauchen wir noch einen zweiten Effekt. Der nennt sich Polarkoordinaten. Wir gehen einfach mal Polar ein. Das ist unter Verzehren. Und Polar. So. Wir sehen den Effekt auch einfach mal hier rein. Wir müssen nochmal hier hingehen kurz. Wir müssen die andere Seite auswählen. Das hatte ich jetzt nur so genau in Erinnerung. Weil. Wie man sieht. Verschiebt sich das so nach. Dreht sich das so nach oben durch. Das muss man das nur noch dementsprechend gut hinschieben. Damit das auch richtig gut aussieht. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und schieben es jetzt einmal mal so rum. Machen wir 100%. Schieben das wieder schön mittig. Jetzt habe ich das verschoben auszusehen. So. Und nun haben wir das alles als einen schönen Kreis. Auf was ihr noch achten müsst. Das möchte ich auch mal hier kurz zeigen. Volle Idee. Dass es hier oben schön abschließt. Das heißt, dass es hier oben schön abschließt. Das kann nicht nur sein, dass es sich auch so ein wenig versetzt ist. Das kann man dann. Hier sieht man auch schon. Ist der Abstand nicht wirklich jetzt. Wunderschön. Ich bin ja ein bisschen nach oben. Also. Bisschen nach oben. So. 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 Und das können wir auch hier ein wenig verändern. Nehmen wir das hier verschieben. In den Anfangs. Bop. 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 So. Jetzt passt das auch von dem Abstand so ungefähr. Das sieht man jetzt sowieso nicht so extrem genau. Dann machen wir Fenstergröße. Zack. Jetzt haben wir hier so ein schönes rundes Teil. Und wenn wir hier schon mal drüber fahren, merken wir, oh, das sieht schon mal geil aus. Aber wir wollen das natürlich noch geiler und schöner haben dementsprechend. Deswegen gehen wir hier auf unser Audiospektrum. Wir geben, wir tun das gleich mal umbenennen. Dann müssen wir wiederfinden. Audiospektrum. Ich hoffe, ich habe es noch richtig geschrieben. Egal. Man sieht es sowieso nicht ganz. Und duplizieren die Ebene. Steuerung C, Steuerung V. Jetzt haben wir Audiospektrum 2. Jetzt haben wir das zweimal übereinander liegen. Jetzt brauchen wir, blenden wir mal das untere aus. Haben wir das hier. Jetzt gehen wir hier bei Effekte Weichzeichner ein. Und finden hier viele Weichzeichner. Ich benutze immer den schnellen Weichzeichner. Weil der gut aussieht. Den hauen wir jetzt einfach mal rein. Und drehen wir die Stärke auch wirklich ein wenig hoch. Damit man es nun noch so leicht zieht. Dann kann man ja, wenn man Lust und Laune hat, ein Weichzeichner reinmachen. Dann kann man das jetzt vielleicht sogar ein bisschen heller machen von der Farbe. Jetzt machen wir das zweite wieder rein. Und selektieren das Ganze. Transformieren, Skalierung, ein wenig größer. Damit es sozusagen drüber liegt. Weil es einfach cooler aussieht. Zack. Jetzt sehen wir schon, wenn wir es jetzt so machen, sieht das auch schon ein wenig anders aus. Das sieht eigentlich schon relativ cool aus. Wir können es hier noch ein wenig größer machen. Damit es auch wirklich so ein bisschen überlappt. Und das einfach mal vielleicht die Breite ein wenig verändern. Von den Bändern. Die Breite ein wenig verändern, dass es breiter wird. Jawohl. Nehmen wir noch ein bisschen weicher zeichnen lassen. So, damit es nur so ein leichter Hauch ist. Haben wir so ein bisschen kleiner. So ungefähr. Jetzt haben wir da so einen leichten Hauch rum. Sieht man sich so einen leichten blauen Ring. Das finde ich sieht recht cool aus. Ja, das hat mir fertig. Das können wir natürlich noch weiter animieren. Aber, ja gut. Was wir jetzt noch anwenden werden. Die Technik könnt ihr dann auch darauf anwenden, wie die Lust habt. Jetzt brauchen wir noch ein Logo. Wir haben jetzt das Logo. Das ziehen wir jetzt einfach mal über die Ebene. Ist ein bisschen groß geraten. Deswegen gehen wir ja den Pfeilchen runter. Pfeilchen runter kann man still dann immer transformieren. Und auch die anderen Effekte könnt ihr da einstellen. Also mit Keyframes sozusagen verpassen. Das geht nur hier. Gibt es natürlich auch noch hier als Graphen. Das ist so als Linie. Aber nicht wichtig jetzt. Gehen wir runter und machen das schön in die Mitte rein. Zack, so sieht es gut aus. Jetzt können wir noch ein paar Effekte anwenden, damit es sich auch zu Musik dann bewegt. Also ich finde generell immer geil den Leuchten-Effekt. Leuchten sieht immer geil aus. Blub. Und wir leuchten drauf. Da kann man jetzt den Shell-Wert einstellen. Umso weiter runter und man sieht schon, umso härter wird es. Das ist dann sozusagen der maximale Wert. Ja, die Intensität. Wenn man Intensität auf 0 stellt, sieht es ganz normal aus. Wenn man es jetzt hier hochdreht, merkt man, wird es immer härter. Und genau diesen Pfad hier werden wir jetzt animieren lassen. Den Radius könnt ihr auch noch verändern. Aber das macht dann jeder, wie es ihm gefällt. Mir persönlich ist das ein bisschen zu hart. Ich möchte jetzt einen leichten Leuchteffekt haben. So, eine Intensität stellen wir jetzt mal auf 0. Hier kann man noch vieles anders einstellen, aber das braucht man nicht. Jetzt wollen wir natürlich unser Lead jetzt in Keyframes haben. Dazu müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr jetzt nur eure Bässe in Keyframes haben möchtet. Also zum Beispiel, wenn man die Bass hört, die speziellen Frequenzbereiche aus dem Lead, dass es nur dann immer das Ganze hier sozusagen aufleuchtet. Oder ob ihr wirklich vom ganzen Lead es haben möchtet. Ich mache das oftmals, wie ich Lust und Laune habe. Heißt, wenn es scheiße aussieht bei einem bestimmten Lead, dann nehme ich halt Audio-Effekten. Hier, Besser und Höhe heißt das. Ja, nicht Filter. Packt es dann da rein und lasst es dann erst in Keyframes sozusagen umwandeln, damit es anders aussieht. Das kann dann jeder entscheiden, wie er möchte. Können das ja jetzt mal machen. Machen wir mal raus. Und jetzt möchten wir einfach das Lead jetzt, so wie es jetzt hier ist, mit den Bässe noch ein bisschen aufdrehen. Jetzt in Keyframes umwandeln. Das geht hier unter Keyframe-Assistent. Keyframe, Keyframe. Audio in Keyframes-Convert. Klicken wir drauf. Jetzt hier oben fängt jetzt die Leiste an. Jetzt muss es ja erst umwandeln nochmal. Müssen wir ein bisschen warten. Hier können wir den Effekt wieder rausnehmen. Können wir löschen. Jetzt haben wir hier die Keyframes. Das klicken wir hier drauf. Gehen auf Effekte. Und dann haben wir die Kanäle. Links, rechts oder beide. Ich nehme einfach beide. Gehe hier mit dem Regler ganz am Anfang. Das ist wichtig. Klick hier einmal drauf, sodass alle Keyframes markiert sind. Steuerung und C. Wichtig. Steuerung und C. Also für Copy. Dann gehe ich hier auf Effekte, Leuchten, Intensität. Und füge ich hier wieder ein. Dann sehen wir schon. Wackelt das alles fleißig mit. Meiner Meinung nach wackelt das alles sehr heftig mit. Deswegen drehen wir das hier einfach ein bisschen runter. Das ist wichtig. Alle einfach alle markieren. Dann tut es das bei allen runter schrauben. Dann wird es nicht ganz so extrem. Ich möchte nur einen leichten Leuchteffekt haben. Das soll jetzt niemanden hier die Augen ausbrennen. Das ist mir immer noch zu hart. Dann können wir einfach den Shell-Bert auch mal ein bisschen runter nehmen. Äh, hoch nehmen natürlich. So. Na, gefällt mir in irgendeinem Moment noch nicht ganz. Ich muss die Intensität noch weiter runter schrauben. Den Radius drehen wir auch ein bisschen runter. Müsst ihr einfach rumspielen, wie es euch dann im Endeffekt gefällt. Jetzt haben wir es natürlich nur von den Tiefen. Und jetzt können wir natürlich auch noch einen coolen Effekt machen. Wir machen das Ganze hier auch noch. Transformieren auf die, nicht Dehnung, Drehung, sondern auf die Deckkraft. Genau. Fügen wir es hier ein. Jetzt merken wir schon, blinkt das so ein bisschen auf. Wir drehen es natürlich noch ein wenig hoch, weil es ist zu transparent. Wiederum. Mal so mal so in die Mitte. Ich glaube, jetzt ist es auch schon vorbei. Ja, kein Wunder, dass es sich sieht. Machen wir noch ein wenig mehr hoch. Und jetzt müsst ihr einfach noch ein cooles Hintergrundbild reinpacken. Wie es euch gefällt. Hier machen wir nochmal beim Leuchten. Machen wir den Shell-Bert auch ein wenig höher. Das gefällt mir nicht so gut. Und hier machen wir das auch mal ein wenig höher. So. Das wäre dann eigentlich auch schon unsere Musikanimation groß gewesen. Wenn ihr jetzt einfach wie hier im Book-Up hier auch hier unten noch Leisten haben wollt, die ich jetzt erstmal wieder einblenden muss. Weil ich sie halt rausgeschmissen habe. So. Hier wieder auf alle Effekte drauf. Zack. Genau, jetzt sieht man es auch schon. Wenn ihr unten so eine Leiste haben möchtet, dann müsst ihr einfach das hier nochmal kopieren. Einfach die Leiste, den Effekt Polar-Code nachher rausmachen. Einfach hier unten hinschrieben. Und dann einen Weichzeichner drauf machen, der eigentlich schon drin ist. Oder kommt auf an, was ihr jetzt kopiert. Und dann habt ihr das gleich eigentlich nochmal. Das war es jetzt eigentlich auch schon von dem Tutorial. Es ging lang, aber dafür ausführlich. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Auch wenn ihr irgendwelche weiteren Tutorial-Wünsche habt. Falls euch meine Art gefällt, wie ich es erkläre. Ich versuche es für jeden recht zu machen. Auch für den Anfänger, sowohl für den fortgeschrittenen Benutzer. Weil, ja, ich finde, alle sollten was davon haben. Aber wenn es jetzt manchen möglich auch zu langsam ging, dann könnt ihr das alles gerne schreiben. Feedback ist erwünscht. Und falls ihr irgendwelche Wünsche habt, so irgendwelche Dinge, die ich mal gemacht habe, Animationen und sowas, Intros, bla bla bla, mache ich auch After Effects-Zeug und so, dann hinterlasst mir doch einfach mal bitte einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Je nachdem. Ciao.